Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pack in Time. Heute habe ich so einen Gastkommentator dabei. Hallo. Hi. Und wie heißt du? Entschuldigung. Okay. Ja, du heißt... So, fertig, ja. Ah. Also, ich heiße... Wie heiße ich denn? Weiß ich nicht, das... Weiß ich nicht, wie du heißt. Nein. Also, wie ich heiße, ist das schon egal? Wer ist das? Okay, wenn es egal ist, dann ist es egal, würde ich mal sagen. Ah. Siehst du eigentlich gerade, was ich mache? In der A, ne? Natürlich. Was mache ich denn, hä? Du springst. What the fuck? What the fuck? Ich habe keine... Ah. Ah, geh weg. Ey, das Spiel ist dumm. Nein, das ist total... Ey, Pisch! Nur, ich kann es nicht. Oh, nein. Ich kann das Spiel nicht. Au. Ich bin gleich. Ich bin gleich tot. Ich spiel was anderes. Nein! Du bist doof. Ich schaff das. Nein. 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 Auch Hund, weißt du was? Ich habe...